Traurige Nachrichten aus Hollywood James Earl Jones ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Der legendäre Schauspieler stirbt am Montag in seinem Zuhause in New York. Seine Vertreter bestätigen den Tod gegenüber Deadline. Weitere Informationen zu den Umständen seines Ablebens sind bisher nicht bekannt. James hinterlässt ein Kind, das er mit seiner verstorbenen Ehefrau Cecilia Hart hatte. Besonders bekannt war James Earl Jones für seine markante, tiefe Stimme. 1977 verlieh er Darth Vader in Star Wars seine unverwechselbare Stimme. Auch in Disneys. Der König der Löwen sprach er den weisen König Mufasa. Hin und wieder übernahm der Schauspieler Gastrollen in Die Simpsons. Doch James war nicht nur als Sprecher erfolgreich. Seinen Durchbruch feierte er 1969 mit dem Broadway-Stück The Great White Hope. Dafür gewann er einen Tony Award und später einen Golden Globe. Er wurde sogar für einen Oscar als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. 2002 veröffentlicht James seine Autobiografie Voices and Silences. Für sein beeindruckendes Lebenswerk erhielt er 2012 einen Ehren-Oscar. Die Filmwelt trauert um eine ihrer größten Ikonen.